Recht herzlich willkommen zur 243. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir waren jetzt mal hier, um zu gucken, ob das passt. Ist aber so, dass alle Teile, die wir brauchen, da dran sind. Aber wir können das hier jetzt wieder... Warte mal, wie war das denn hier? Recover Vessel müssen wir machen. Wir müssen noch mal schauen, weil ich habe nachgeguckt. 5280 Meter die Sekunde brauchen wir bis zum Minimus im Orbit da. Im niedrigen Orbit war das, glaube ich. Und da müssen wir mal gucken, dass wir da genug haben. Na, da wollte ich jetzt ja nicht hin, ne? Sondern da. So, dann laden wir die Kiste nochmal. Minimus-Station, laden. So, da ist die jetzt. Und 5052, das heißt, die ist zu klein dafür. Und was mir dann nachher nochmal einfiel, ist, dass wenn wir hier ja eine Stufe haben, da kommen wir ja gar nicht mit hoch. Wir brauchen ja wenigstens eine zweite Stufe. Da müssen wir nochmal was dran ändern. Das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Da können wir schon mal definitiv, kommt schon hier, das mal beiseite stellen. Und ich denke, wir müssen das wegbauen. Die beiden können wir hier lassen und den darüber setzen. Während ich glaube, dass wir das brauchen für den Rest da hinzukommen etc. und sofort. Und dann brauchen wir da noch einen Decappler. Da, Trennung. Ich gehe mal davon aus, dass das der ist. Ne, ist er nicht. 1 Meter, 1 Meter, 1 Meter, 62,5 Zentimeter, 62,1 Meter. Wieso ist hier kein großer bei? Nur noch 2,5, oder? Sollten wir doch auch haben, oder? Okay. Ja, das erscheint mir jetzt aber komisch. Ich bin fest von überzeugt, dass wir da mal einen größeren hatten. Ja. Ist auch ein großer. Warum steht denn da Meter dran? Habe ich da irgendwie nicht verstanden wahrscheinlich. So, das ist das Triebwerk da. Dann kommen die definitiv wieder da dran. Dann muss das Ganze mal höher. Dann brauchen wir noch ein Triebwerk da unten. Und wahrscheinlich das hier. Ah, super geklappt wieder. So. Dann kommt der da wieder dran. Da müssen wir mal schauen, dass wir das hinkriegen. Das sind jetzt drei. Jetzt kriege ich den nicht angepackt, oder doch? Das machen wir mal mit vier. Wir haben ja das Ding, glaube ich, letztes Mal ausgebaut, oder? Mach das erstmal dran. Und dann haben wir 4.820. Das heißt, das ist noch zu wenig. Das ist noch zu wenig. Das bedeutet... Ich weiß nicht. Jetzt haben wir das blöderweise angeklickt. Das war jetzt nicht so eine gute Idee. Schaffen wir das mit 5? Gute Frage, ne? Probieren wir das mit 5. Ein bisschen tiefer, so. So, da haben wir 4.997. Das reicht ja immer noch nicht, ne? Irgendwie müssen wir da mal gucken, dass wir das noch hinkriegen. Aber das nicht auf diesem Weg, glaube ich. Das ist... etwas zu schwierig, dann. Ja, oben zu viel Last. Warte mal, wo ist... das Triebwerk hinter da, ne? Ja, ich glaube, dieser hier, der ist gar nicht von Nöten, oder? Kann das sein? Mach mal da einen kleineren, aber den nicht. Vielleicht den. So, das ist das Triebwerk mit dem Decappler, ne, oder? Ja. So, und dann... Noch da unten einen runter. Und dann das ganze Werk da dran. So, steht das? Ja, sieht gut aus. Ah, 4.424. Hm. Das ist ja zu wenig. Das sind jetzt 6er davon. Warte mal, 4.420 hatten wir eben, ne? Wenn ich den wegnehme, den so da dran ersetze. Ja, das ist jetzt schwierig, ne? Jetzt muss ich da auch irgendwie dran kommen, den einzeln abzukriegen. Geht wieder nur so, schade. Ja, das gestaltet sich jetzt gerade schwierig. Wie kriegen wir das Ding da hoch? Mit genug Treibstoff und so weiter und so fort. Da ist wieder ein Triebwerk mehr drin, ne? Warte, was ist denn da? Liquid Fuel Engine. Da sind zwei schöne kleine, ne? Wir bewegen die Kiste. 1,75 Tonnen. Das ist 3 Tonnen. Dann lass uns noch mal das da weg. Kriege ich den jetzt auch noch mal einzeln? Ja. Lass uns das mal gerade wegnehmen und das da dran bauen. Und ich glaube dann haben wir schon mal viel weniger Gewicht. Das würde ich jetzt noch mal gucken. Wollen wir das so hinkriegen? Ne, 4,6 reicht auch noch nicht. Jetzt habe ich ihn mal erwischt. Wenn ich achte dran, der Zauber, geht das überhaupt? Würde aber auch nicht reichen. Das gestaltet sich also etwas schwierig jetzt gerade. Dann müssen wir noch mal genau drüber nachdenken, wie wir das mit dem Gewicht hinkriegen dann. Tja, dann müssen wir mal ganz anders denken, glaube ich. Struktur. Wir machen das mal weg. Das kann auch weg. Weg. Dieser Tank kommt auch weg. Black and White Orange, ja. Es ist ein Adapter. Wer ist es nicht? Der wäre es. Wie drehe ich das Ding noch um? So. Auch das. Jetzt sind wir damit klein unterwegs. Jetzt brauchen wir dann einen kleinen Tank. und das sind Triebwerke und keine Tanks. Der ist zu klein. Das ist der dann, ja. Da brauchen wir jetzt ein kleines Triebwerk für. Terea. Sollte ja eigentlich passen. Dann brauchen wir noch einen Separator, einen Dicabler in der Größe. Passt. Und dann brauchen wir die Strukturgeschichte. Und zwar diese. So. Ne, der ist ja falsch. Ist der falsch? Das ist die Frage. Noch haben wir hier keinen Vortrieb in dem Sinne. Wieso haben wir noch keinen Vortrieb? Habe ich jetzt was falsch verstanden hier? Achso, das sind die beiden, die daneben stehen. Alles klar. Ich habe hier ein Triebwerk. Das muss da rein. Ich glaube, dieses Terea ist das Liquid Fuel Fusage. Ich nehme das nochmal weg und dieses hier nochmal weg. Ich glaube, da ist was falsch. Kann das sein, dass das gar nicht das ist? war das das? Ne, der ist ja der Dicke. Wieso zeichnet der mir jetzt gerade nichts an? Das ist zu klein. Der, der Richtige? Wo ist das Triebwerk? Da. Jetzt haben wir da auch was. jetzt wird es passen, ne? So, und jetzt drei Tanks da drunter. Ne, da können wir gleich größere nehmen, ne? der ist, glaube ich, Irgendwie gefällt mir das nicht. Ich glaube, das ist es alles nicht. Strukturteil wieder, dieses Tank, diese, zwei davon, Triebwerk, das, zwei, vier sind das, drei, eins, jetzt hiervon, drei Stück, sind dann, drei, sieben, irgendwie, nicht so prickelnd. Park die nochmal da. Mach das nochmal los. Stopp, falsch, ich wollte noch einen Tank haben. Den da hin, den da hin. Dann haben wir drei, sieben. Wenn ich die jetzt nehme, viermal, habe ich erst 4000. Achtmal, das ist nix. Wir sind hier oben zu schwer, das ist unser Problem. Dann müssen wir da oben erstmal ausmisten. Tja, aber das machen wir, denke ich mal, in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo ab, dann macht eins. Falls ihr der Folge was abgewinnen könnt, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn ich die nächste Folge hochsetze. Und ja, Kommentare, wie immer, herzlich willkommen. Ich habe bestimmt hier den riesen Denkfehler drin oder sowas, den ihr schon längst entdeckt habt, dann schreibt das mal bitte rein. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.